Ja und dann... Ich weiß doch wieso... Ich weiß jetzt nicht wie der... Ich weiß nicht wie der Regisseur von... Ich glaube der hieß... Lukas... Lukas Podolski! Nein! Irgendwie so und der ist mit Steven Spielberg gefreundet... Der ist mit Steven Spielberg gefreundet... Steven Spielberg ist der Regisseur von E.T. Weil Steven Spielberg... Oh oh... Ich bin Säure! Ah das ist ja Säure! Ah das ist ja Säure! Und weil Steven Spielberg hat... Park! 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 Er hatte im Film E.T. die Figuren von Star Wars gebracht, wollte er... Dieser Lucas Forst... Keine Ahnung wie der... Einfach dieser Lucas sah... Wollte eben sich revanchieren... Hat dann eben E.T. in einer Szene von Star Wars gebracht... So das kann ich sagen... So Leute das ist schon irgendwie peinlich... Wieso weiß ich nicht mehr wie der heißt... Der von Dingen... Der von Dauer... Ja Lucas weiß ich auch aber... Wieso fällt mir den Namen nicht mehr ein... Der Nachname... Wer? Der Nachname von dem... Lucas Spielberg weiß ich dem geheiratet... Ja man! Ja man! Vielleicht kann ich auch lernen... In welcher Szene... Das ist irgendwie dort... Wo sie sich in so einen großen Saal... Alle diese... Ja das wohl... So einen großen Saal sich alle fetten Saals... Da wird die Kiste... Da wird die Kiste... Warte ich muss mit einem Feuerfeind... Die Dinge verbrennen... Da wird die Kiste... Ah ja genau... Feuerfeilatet... Komm! Feilatet... Komm! Aber man sieht auch dass ich Mana... Also ziemlich viel Mana von mir... Ah ja... Warte ich mal an... Warte ich mal an... Genau damit kann man auch... Faktor ganz schön... Und dann aber besser übersicht... Und dann wird es nicht... Der Laufhort... Jo... Faktor... Der Schatten oder? Ja klar... Warte ich mal wieder an... Wölfgade sehr gut... 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 Ah da waren die blauen... Ne wir haben alle genug... Okay nein... haben wir haben da hat er mich auf eine reise befördert unser schwertkämpfer wartet wartet ich mach an Upsa Fledermäuse verpisst euch mann keine beleidigung Martin das wollte ich jetzt nicht sagen du bist ja jetzt auch da ja okay jetzt hat sie alle unsere Namen vermarktet und jetzt ein Zitat aus unseren alten alten Folgen Don't call my name vermarktet unsere Namen durch T-Shirts und schießt gegen den Boden schießt gegen den Boden da musst du dagegen schießen da musst du dagegen Mensch ich könnte mich nicht noch holen so einfach runter so einfach ja kein Problem ja kein Problem ja kein Problem ah fucking Fledermäuse so oh Manu oh Manu oh man warte ich hol ihn ja 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 warte ich mal kurz an nein 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 Entschuldigung Martin äh Martin er redet gerade mit sich selber und ich habe komisch aber es ist ich auch Entschuldigung jemand er ist er ist er ist er ist er ist um die weg also es hätte ich nicht sagen sollen ich habe in der sagt ich habe alles in ente ja wohl man tut jawohl ja mann die stärkere Waffen ihn jetzt hat sie gemerkt die hände er hat ein bisschen stimmst lauter leise wir haben und ich bin jetzt lauter gemacht nicht mehr was macht ihr denn das hilft mir mal wir werden noch gar nicht mehr sind noch andere Videos machen Aber das Fake ist von euch, das, ja! Oh nee, Mann! Oh nee, Mann! Gebt gleich Takatuka-Land! Ah! Warte, kann ich nicht ganz? Warte, ich mach nicht, ich hab Licht angenommen! Ah! Halle! A Fake! Ja, Mann! Oh, der kommt zu! Oh, der kommt zu! Es ist höher gehalten! Bist du höher gehalten? Da guckt jemand gar viel! Da guckt jemand gar viel! Hä? Ich mein doch dich! Oh Mann, und ich komm wieder nicht! Oh Mann, und ich komm wieder nicht! Ja, genau das haben wir vergessen! Hab ich das in dem Video schon gesagt? Ja, hast du ja! Ah! Ja, geht weiter, Mann! Geht weiter, Mann! Geht weiter, Mann! Geht weiter, Mann! Oh nee, Mann! Geht kurz sterben, Mann! Geht kurz sterben, Mann! Geht kurz sterben, Mann! Oh, Säure! Ah, warte, Säure! Ah, warte! Oh nee, das hatten wir schon! Oh nee, warte, nee! Warte, nee! Warte, Mann! Ein eckiger Pokéball! Ein eckiger Pokéball! Mach du keine Schleichwerbung für so far! Mach du keine Schleichwerbung für so far! Ich hasse Pokéball ganz selbe! Weißer Drache mit roten Augen! Hecht? Tanzen! Überleg mal, wenn der zuguckt, Mann! Überleg mal, wenn der zuguckt, Mann! Der tanzt dich um! Der tanzt dich um! Eine Frage, wer ist Rocket Music? Oh Gott, ey! Einer aus unserer Klasse! Oh, Mann, ey! Zu mir sagen Sie erstens doch keine Namen! Ich wette, der ist der einzige! Ich wette, der ist der einzige! Der einzige, der unsere Videos anguckt! Der unsere Videos anguckt! Ja, da waren 440 Klicks! Ähm, was schon, Burke! Komm schon, was schon, Burke! Gehen Sie! Das ist nicht so einfach! Ja, das ist nicht so einfach! Ja, ich weiß, warte kurz! Ja, ich weiß, warte! Das ist nicht so einfach! Ich kotze noch! Ich kotze noch! Ihr müsst auch da weggehen! Gell? Du musst auch da weggehen! Gell? Du musst auch da weggehen! Einer übrigens, ich heiße Simon! Einer übrigens, ich heiße Simon! Und ich, Waldemar! Du heißt Gerd! Oder Brunhilde! Du bist Gerd! Ja, Brunhilde! Und der Rütter, äh, Handel! Ah! Ah! Ich bin tot! Du bist der einzige, der jetzt lebt! Du bist der einzige, der jetzt lebt! Ich glaub, Brunhilde! Rino! 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 Ja, ohne Feuer! Ja, ohne Feuer! Ist sehr effektiv mit den ganzen Feiern! Ist sehr effektiv mit den ganzen Feiern! Der jetzt rummissgebotet, ey! Jetzt rummissgebotet, hau Wortspiel! Nee, doch! Missgebotet, hau Wortspiel! Nee, doch! Ich fände sie an! Ich fände sie an! Ich fände sie an! Kauft euch Halo ODSC! Kauft euch Halo ODSC! Und spielt die Halo! Und spielt die Halo Reach Beta! Ja! Und spielt die Halo Reach Beta! Es ist göttlich! Es ist göttlich! Es ist göttlich! Und dann fragt er was, inn? Guckst du Aikali oder was? Guckst du Aikali oder was? Hä? Hä!? Hä? Nee so! Nee so! Wer wird? Öh-h-mportwahl! P-ff-wahl! P-ff-wahl! Dann schießen die ihn ab! Schießen die ihn ab! Oh! Ob ich den fertiggemacht hab! Oh, ob ich den fertiggemacht hab! Oh, ob ich den fertiggemacht hab! Oh, ob ich den fertiggemacht hab! Wöhm, ob ich hier diese 287 holen! Wöhm! Ähm, wie viele da kommen! soll ich euch holen? ich hol euch einfach ne ganz ehrlich man, wer ist David Archulette? der gleiche wie Dean Collec oh Gott ey man oh Gott ey man Favierungsstifte 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 Perfekt aber übel wie Blöde aber übel wie Blöde jetzt muss ich wieder was? was? ich glaub mein Schwein geht noch mal zurück geht noch mal zurück ja wenn ich dabei wäre dann werde ich jetzt schon längst ja bleib halt in der Säure stehen bleib halt in der Säure stehen also Leute wir werden sterben wir werden sterben wir wollten nur unseren unsere Faubare wollte ihn nur wiederholen absolut was für was für wir können auch anderen spielen ja nein wir werden schnell ich glaub nicht gut im Säure überwinden ich würd sagen ihr geht einfach weiter weil sie sich wieder einen halben Monat weil sie sich wieder einen halben Monat tot pick up large energy denis afro 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 wahl wahl denis afro wahl 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 wir tun der Busch verstanden die Deutsch-Tabell-Württemberg Pritzler steht